Ja, guten Abend. Die drei Parteivorsitzenden haben am Dienstag zusammengesessen und eine Entscheidung getroffen, die auf breites Unverständnis in der Bevölkerung gestoßen ist. Und wir haben nicht Vertrauen geschaffen, sondern wir haben Vertrauen verloren. Wir haben uns alle drei geirrt. Und deswegen bin ich heute auf Frau Merkel und Herr Seehofer zugegangen und habe vorgeschlagen, dass wir diese Entscheidung überdenken. Und das werden wir auch tun. Denn es ist nicht vermittelbar, dass der Verfassungsschutzpräsident Maaßen einerseits als Verfassungsschutzpräsident abberufen werden muss, aufgrund seines Verhaltens, der anderen Seite dann aber im Ministerium von Herr Seehofer als Staatssekretär befördert wird. Vielen Dank.